Herzlich Willkommen zurück zu Super Meat Boy und wir machen gleich weiter, wo wir bzw. ich aufgehört habe hier mit Meat Boy, richtig. In der schönen Duck World. Naja, scheiße. So, was ist der Hammer? Machen wir noch ein kleines Ablust aus. Stimmt. Okay, oder wir sterben. Das wäre einfacher. Ach, fuck. Ich sollte vielleicht auch mal den Button hier oben vorne loslassen, der mich hier immer zu Highspeed drückt. Aber das wäre zu einfach. Machen wir das schließlich nicht mit irgendeiner Technik. Das wäre viel zu einfach. Dieses Spiel ist definitiv zu laut. Ah, versteht man ja kaum seine eigene Sprache. Nein! Das Level ist gegen sich perfekt einfach, aber auch nur in der Theorie. Obwohl, in der Praxis eigentlich auch. Fängt ja schon mal gut an. Heute übrigens ohne den guten Mr. LPPenut. War irgendwie nicht zu erreichen heute. Und damit auch noch Parts kommen. Hier eine Solo-Aufnahme. Ich habe gehört, das soll manchen eh besser gefallen. Komm, ohne Pflaster, aber bloß einfach. Dann hole ich es nachher noch. Sehr schön. Wiederholen wir Y, oder? Ja. So, jetzt noch kurz das Pflaster geholt. Hopp, hopp. Hier rüber. Scheiße. Ich würde gerade sagen, es ist ja nicht so schwer, aber... Ich scheitere trotzdem. Eben noch! Ach, komm. Und, hopp. Nein! Kriegt mir echt Krämpfe in den Fingern hier bei dem Spiel. Hopp, hopp, hopp. Ja! Ich flieg, springe immer zu weit. Oder halt zu kurz, wenn ich es andersherum probiere. Scheiße. Und hopp. Nein! Ich muss eigentlich nur hier ran und dann... Nein! Also. Hier rüber. Hier ran. Und zu weit springen. Nein, ich will sterben. So, dann lähe ich hier hoch. Darüber. Oh, meine Güte! Jetzt ist immer gerade der Wurm drin. So geht das auch nicht. Nicht gut. Hopp, hopp, hopp. So. Also, hier rüber. Na ran, da rüber. Ah, jetzt habe ich es. Ah, schön mit Pflaster. Ach, scheiße. Warte, hatte ich das Level nicht letztes Mal schon fertig gekriegt? Und hing hier fest? Dachte ich. Na ja, man kann sich irren. Und halb rüber. Und halb rüber. Ja, so klappt das. Ach du Schande. Alter, würde ich mich verarschen. A plus. Ja. Ja. Der Zeiger kommt mal raus. Kommt hier kein Endpost mehr? Oder muss ich dafür noch irgendwas freischalten hier? Keine Ahnung. Abgeschlossen 84%. Und neun Verbände fehlen noch. Wo auch immer die zu finden sind, da suche ich jetzt mal später nach. Wir machen erstmal... Hier habe ich den Endpost auch schon besiegt. Jetzt ist es bei Chapter 3 weiter. Okay, und weg. Boah, diese Grafik. Unglaublich. The Factory. Ah, mies Klick. Mies Klick. Das hatten wir schon alles. So, A sollte ich drücken, nicht B. Ja, weiter in die Boy. Naja, immerhin fast. Aber da sollten wir wohl nicht drauf. Nein! Ich dachte eigentlich, da geht es lang, aber da ist nur ein Pflaster. Ein Pflaster brauchen wir auch noch. Alter, wollt ihr mich verarschen? So. Sehr schön, habs. Hey, komm. Was ist das denn? Hä? Ja, geht doch so. Ja gut, das war nicht so gut. Das auch nicht. Kommt man eigentlich auch direkt drüber? Ach, das wäre zu einfach gewesen. Ach komm, meine Güte. Ja, jetzt aber. Zack, zack. Ich krieg den Sprung danach nicht gescheit hin. Ach komm. A plus, sehr schön. Jetzt noch einmal kurz das Pflaster geholt. Ups. Na reden. Nein! Stimmt so. Ja. Rüber. Das wäre zu einfach gewesen fürs letztes Mal. So direkt so schön wie jetzt gerade. Muss ich eigentlich hoch oder muss ich runter? Okay, einmal runter fürs Pflaster und danach wieder hoch. Nichts einfacher als das! Passt zum Fick. Ups. Boah, dieses weiße Zeug. Was ist das eigentlich? Salz? Flüssigkeit? Bestimmt Salzwasser. Wahrscheinlich liegt gerade ein Meilen weit daneben. Aber, oh gosh! Aber das ist einem auch gerade egal, wenn man... Nur stirbt! Scheiß doch die Wand an! Hahaha. Acora spielt Super Meat Boy. Es scheint ansteckend zu sein. Sterben zu wollen. Nein! Nein! Okay, komm ich hier hoch. Ja. Input lag hier. Bestimmt. Ab, ab, ab. Ab. Oh, zack! Kein Ablos. 8,30 Uhr brauche ich. Okay. Was hatte ich für eine Zeit? Ab. Ja, hier habe ich zu viel Zeit verloren. Okay. Okay. Nein, der Sprung war auch verkackt. Geht auch nicht besser. Nein! Ach, komm! Nein! So geht das auch nicht hier. Ja, was mache ich denn hier? Hopp, 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 hopp. Ach, komm! Ja, jetzt darüber hier rauf, drüber springen und nein. Genau so. Ja, haha, jetzt noch mit Pflaster. Das wird jetzt lustig. Ah, okay, so kommt man nicht hoch. Zwei, ja. Let's fail, aber heute nicht together. Sondern vollkommen solo. Ja, hab dann, dann darüber. Nicht so schnell, bitte. Ich springe heute mit voller Wucht hier dagegen. Okay, ich laufe auch mit voller Wucht dagegen. Ey, jetzt, setz auf. Ich gehe hier gleich steil, meine Fresse. Ah, nein! Ah, kann man eigentlich auf die Sitzbehinderteidäne mit den Scheißplastern? Na, okay. Ist mir auffällig, ich wollte eigentlich in die Dark World gehen. Bei Chapter 2. Hahaha, hab's doch noch gar nicht gemacht. Ah! Eat this! Okay, ach, scheiße. Jetzt soll ich hier drüberspringen. Das sterb ich ja instant. Ja, lustig, 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 lustig. Da könnte man, glaube ich, auch direkt drüberspringen. Probieren wir es mal aus. Ah, Gott. Ah, klappt. Okay, das nicht. Schlüssel haben wir. Schlüssel haben wir. Dass wir nur noch irgendwie hier zurückkommen. Und vor allem müssen wir das auch noch in A-Plus schaffen. Scheiß, die waren dann. Wie viele Sekunden? 16 haben wir. So fängt ein gutes Level an. Direkt scheißen. Sterben, meinte ich. Scheißen fängt kein gutes Level an. Außer vielleicht bei McPixel. Warte, war das der Plus? War das der Plus? War das der Plus? Es war mal scharf. Nein! Es war 16.0 irgendwas oder so. Wahrscheinlich. Aber ich könnte es denn hinkriegen, wenn ich hier mal die Scheiße weglassen würde. Ja, nochmal. Sterben, bitte. Hier wollen wir den Schnellsprung ausnutzen. Hopp. Was? Der war doch. Perfekt. Ach, ja. Komm, wir sterben. Hopp. Hier hoch. Geh durch. Rüber. Sterben. Man darf also auch nicht an das Unterende von dem drankommen. Okay, die Zeit war auch schon verschissen. Obwohl, man könnte es vielleicht auch anders machen. Man könnte so... Ja. Zurück geht das bestimmt auch, aber wir... Waa-ja-ka-ka! Wollen wir das hier mal lassen. Ja, komm mal, das sieht schon mal gar nicht so beschissen aus. Ja, das wird auch los. Fuck yeah! Was läuft mit heute so gut? Ah! Scheiße! Nein! Äh... Ich brauch einen Helden, der fliegt, wie soll ich denn sonst an dieses Raster kommen? Ach, das läuft andersrum, da, da! Da, da, da! Ja, genau rein! Okay... Ach, fickt doch die Henne! Nein! Oh, wer denkt sich bitte sowas perverses aus? Nein! Jaaaa... Ach... Ach! Soo... Also die Timings sind echt gut! Was? Da war ich doch noch gar nicht! Äh, warte, man kann hier rauf. Okay, man kann das Level verlassen, das war nicht der Plan. Da gibt es doch bestimmt ein Ding an. Wie heißt das? Woops! Genau, das war's. Ey, meine Fresse! Boah! Das ist echt gut gemacht, das Level. Und genau deswegen geht es einem auf die Eier! So! Muss eigentlich nur hier rüber, dann hier, da... Und dann hier lang! Ja, geht doch komplett einfach! Boah! Boah! 12 Sekunden, meine Fresse! Äh, we got a Warp Zone over here! Da ist bestimmt irgendwo ein Eingang. Wie komme ich denn in diese scheiß Warp Zone ran? Okay, ich muss erstmal raus... Ja, sterb mal! Ja, hier komme ich hier hoch! Okay, springen sollte man da also nicht. Gut to know! Ach, komm! So, scheiße! Ach, komm! Ach, komm! Ach, komm! Ach, komm! Level abgeschlossen! 12,2 Sekunden, ich habe wahrscheinlich 3 Millionen gebraucht. Oh Gott! Ob sie sich wohl eigentlich wiederholen? Da war er was! Ja, witzig! Fuck yeah! Haha! Glück gehabt! Was ist heute hier eigentlich für eine Zeit? Ja gut, von der Zeit her geht's ja. Komm, wir machen das nächste... Das A-Level später irgendwann. Äh, nochmal, weil das so lustig war. Bestimmt. Oh, da ist ein Warp Zone. Äh, mache ich halt nicht die Warp Zone. Was brauche ich für eine Zeit? 12, 11? 12, 40? Die Zeit dürfte nicht so das Problem werden. Das Problem dürfte die Warp Zone werden! Ja, Ablust haben wir schon mal. Äh... Ah, zielsuchende Raketen! Das wird ja auch gerade langweilig. Und mit diesem abgeschlossenen Level beenden wir den Part für heute. Nächster Part... Äh... Kommt dann morgen. Ja. Wieder regelmäßig um 14.30 Uhr. Egal. Tschau, dann sieht's ich.